In diesem Video zeige ich euch die Herstellung dieses außergewöhnlichen Couchtisches. Die Basis dafür ist Olivenholz an einem Stück. Hallo bei Mobilsäcke BD und Hermann Massivholz, mein Name ist Patrick. Und so sah das Stück ganz am Anfang aus. Jetzt wird das Stück erstmal sauber gemacht und zwar gründlich. Das heißt, alle losen Holz- und Rindenteile werden entfernt. Damit das Stück nachher besser auf dem Frästisch liegt, arbeite ich erstmal mit dem Hobel vor. Die Grundierung ist soweit schon mal erfolgt. Jetzt noch kurz sauber machen für den zweiten Guss. Nachdem der ganze Guss jetzt erledigt ist, kann der Gussrahmen und die Abdeckung entfernt werden. So, jetzt kann ich mit den eigentlichen Fräsarbeiten beginnen. Jetzt sind die Seiten dran. Diese Arbeit macht mir eigentlich mit der meiste Spaß. Selbstverständlich kam hier noch sehr viel mehr Handarbeit zum Einsatz. Jedoch, um euch nicht zu langweilen, habe ich das jetzt einfach mal weggelassen. Und jetzt kommen wir zum Ölen. Und jetzt sieht man schon die ganze Schönheit, die aus diesem Stück herauskommt. Und hier jetzt das fertige Stück. Was für ein Anblick. Und jetzt kommen wir zum Ölen. 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 Und jetzt kommen wir zum Ölen.